Hallo, ich bin's nochmal. So viele von euch, die gestern im Ostkommensaal mit dabei gewesen sind, werden sich sicherlich gewundert haben, warum Tudi nicht dabei bist. Also ihm geht es derzeit, habe ich gerade eben auf Facebook gelesen, nicht ganz so gut. Also er braucht ja wohl jetzt ein bisschen Zeit für sich, um wirklich richtig aufzuladen. Und ich denke mal, das mache ich jetzt auch in eurem Namen. Und ihr könnt auch ganz gerne auch Grüße unten ins Kommentarfeld reinschreiben. Einfach mal wirklich, Tudi, sei ganz herzlich, wir grüßen dich, komm wieder zu Käpt'n, das ist das Wichtigste überhaupt jetzt. Und alles weitere, dass wir dann auch schon wieder besser werden. Also komm wieder zu Käpt'n, ganz liebe Grüße an dich. Bis dann. Tschüss.